Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Lea und in dieser Videoserie stelle ich dir das WordPress-Plugin Ultimate Add-ons for Elementor vor. Wie du vielleicht weißt, bin ich ein großer Fan vom Page Builder Elementor und man kann damit sehr, sehr viele coole Sachen machen, aber eben vielleicht nicht alles, was du gerade für deine Website im Kopf hast und umsetzen möchtest. Und hier kommt jetzt Ultimate Add-ons ins Spiel. Das Plugin ist nämlich quasi eine Erweiterung für Elementor und es fügt noch ganz, ganz viele zusätzliche Widgets hinzu, die du sonst eben mit Elementor nicht hast. Ich habe das Plugin jetzt eine ganze Weile getestet und möchte dir jetzt in dieser Serie quasi die einzelnen Widgets und was sie eben so können, was du damit machen kannst, vorstellen. Wenn du dir Ultimate Add-ons mal im Detail anschauen möchtest, dann geh einfach auf online-toolkiste.de slash uae oder klick auf den ersten Link unten in der Beschreibung, dann kommst du zur Webseite. Das Ganze ist ein Affiliate-Link, das heißt, wenn du dir das Plugin darüber kaufen solltest, dann kriege ich eine Provision. Danke auf jeden Fall schon mal für deine Unterstützung. Und jetzt lass uns loslegen mit dem Tutorial. Wie du solche Überschriften hier gestalten kannst, die also quasi mehrere Styles gleichzeitig haben, das machst du mit dem Dual Color Heading Widget von Ultimate Add-ons. Das hier ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, das wir gleich durchgehen. Ich blende dir gerade mal hier noch ein paar Ideen ein, wie das Ganze dann auch aussehen kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie du das Ganze machen kannst. Zum Start suchst du einfach nach Dual Color Heading, da ist es auch schon, ziehst du das Ganze hier rein und dann sieht es erstmal so aus. Wir gehen jetzt einfach Schritt für Schritt alles durch und du siehst schon, beim Bereich Inhalt gibt es gar nicht mal so viele Optionen, denn hier geht es natürlich auch viel mehr ums Styling. Hier legst du jetzt also nur den Text fest. Du hast quasi drei Elemente, vorher dann der Highlighted Text und nachher. Du kannst den Nachher Text auch weglassen, wenn du nur zwei Bereiche brauchst. Und wir nehmen jetzt als Beispiel mal Rahmen und Hintergrund, um quasi, ja, einfach ein bisschen Text zu haben. Und das ist jetzt eben genau das, was ich dir jetzt zeigen möchte. Genau, du kannst auch noch einen Link setzen und das war es dann aber eigentlich auch schon hier mit dem Inhalt. Richtig interessant wird es unter Stil. Und hier haben wir jetzt aber auch erst noch ein paar generelle Einstellungen. Zum Beispiel, welches Tag die Überschrift kriegt, voreingestellt ist immer H3. Du kannst das Ganze aber zum Beispiel noch auf A2 ändern. Dann wird es automatisch etwas größer. Aber die Größe kannst du natürlich dann gleich auch noch individuell festlegen. Dann die Ausrichtung. Da wähle ich mal zentriert. Und als Layout ist jetzt immer Inline vorausgewählt. Die Alternative wäre Stack. Und dann werden die einzelnen Elemente eben nicht nebeneinander, sondern untereinander ausgewählt. Wenn du bei Inline bleibst, kannst du hier noch einstellen, wie das Ganze dann auf Mobilgeräten sein soll. Also ob quasi dann auf Smartphones oder auch schon auf Tablets so gestackt wird. Ja, das finde ich mobile durchaus sinnvoll. Aber da musst du dann einfach mal schauen, wie das Ganze bei dir aussieht. Und dann kannst du noch den Abstand zwischen den einzelnen Elementen festlegen. Genau, hier wird ja jetzt erstmal kein Leerzeichen angezeigt. Aber da kannst du dann hier eben quasi den Abstand individuell feststellen. Das waren jetzt so die allgemeinen Einstellungen. Und jetzt kommen wir zum richtig spannenden Teil endlich, nämlich dem Styling der Überschrift, beziehungsweise dieser einzelnen Parts eben hier. Sieht erstmal relativ unspektakulär aus. Ja, du hast hier die Textfarbe. Die machen wir mal grau. Und Typografie, wo du also die Schriftart einstellen kannst und die Größe. Mache ich mal so auf 35 und Schriftschnitt so 500, dass es ein bisschen fetter angezeigt wird. Genau, und du siehst schon, sobald ich jetzt hier eben was verändere, gilt das erstmal für die komplette Überschrift, also für beide Elemente. Dann hast du hier noch die Advanced-Optionen. Und hier stelle ich jetzt erstmal den Rahmen ein, den ich ja hier um dieses Element haben möchte. Der Rahmen soll durchgezogen sein. Und mal so eine Breite von drei Pixeln. Genau, und jetzt gehe ich nochmal kurz zurück nach oben und mache mal hier den Abstand noch ein bisschen größer zwischen den einzelnen Elementen. Genau, dann haben wir das Padding, also den Innenabstand hier. Das mache ich mal auf 8 oder naja, auf 7. Und dann kannst du jetzt hier natürlich auch noch die Rahmenfarbe ändern hier unten. Die ist jetzt erstmal genau die gleiche wie die Schrift auch. Du kannst die Ecken hier natürlich abrunden. Mal auf 15, genau, dann werden die Ecken so ein bisschen abgerundet. Das möchte ich jetzt hier aber nicht. Und dann kannst du natürlich auch hier unten noch einen Textschatten hinzufügen. So, und um jetzt aber den zweiten Teil der Überschrift auch noch zu bearbeiten, hast du hier oben diesen Punkt Highlight. Hier hast du letztendlich nochmal genau die gleichen Optionen, nur dass die sich jetzt eben nur auf diesen zweiten Teil der Überschrift beziehen. Die Textfarbe mache ich jetzt hier mal auf Weiß. Du wirst auch gleich sehen, warum. Hier aktiviere ich jetzt nämlich auch wieder die Advanced-Optionen. Und dann haben wir hier den Hintergrund-Typ. Und hier kannst du jetzt eine Farbe auswählen oder zum Beispiel auch ein Bild hinterlegen oder sowas. Oder was zum Beispiel auch möglich ist, wäre so ein Verlauf. Wenn ich jetzt hier mal eine zweite Farbe auswähle, genau, dann hast du hier quasi so einen Farbverlauf als Hintergrund. Jetzt müssen wir aber natürlich hier auch noch das Padding anpassen, damit es auch genau gleich ist wie quasi der erste Teil und es einfach von der Größe her gleich aussieht. Das machst du natürlich auch wieder hier unten. Padding war 7. Jetzt ist es natürlich so, dass du hier eben noch den Rahmen drum hast. Das heißt, du könntest das Padding hier einfach ein bisschen größer machen. Ungefähr so, damit es halt von der Größe her einfach auch so gleich ist wie das erste Element, das aber eben den Rahmen drum hat. Die Farbe ändere ich jetzt mal wieder. Da mache ich jetzt mal auf Grau. Dann sieht das Ganze nämlich auch einheitlich aus. Und ja, so kannst du jetzt eben eine Überschrift gestalten, die eben zwei unterschiedliche Designs quasi hat. Ganz unkompliziert, ohne Coding oder sonst irgendwas. Weitere Beispiele hast du am Anfang ja auch schon gesehen. Also was hier natürlich auch geht, sind einfach zwei verschiedene Schriftarten, unterschiedliche Dicke der Schrift, zwei Farben statt nur einer und, und, und. Also deiner Kreativität sind hier absolut keine Grenzen gesetzt. Wenn du dir Ultimate Add-ons for Elementor jetzt auch zulegen möchtest, dann geh einfach auf online-toolkiste.de slash uae oder klick auf den ersten Link unten in der Beschreibung. Wenn du noch Fragen hast zu dem Plugin, dann schreib die auf jeden Fall in die Kommentare oder schau hier in der Playlist vorbei. Da findest du sämtliche anderen Widgets von dem Plugin auch in Aktion. Kannst dir das nochmal in Ruhe anschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.